Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram. Ja und heute spiele ich zusammen mit dem Gian und dem Julian eine Runde Aram. Ich habe Sona bekommen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Wenn du dann später so 500 Rüstungen und auch 500-600 AP hast. Aber es geht halt nur gegen Fuladi. Ich gehe jetzt, ich rush jetzt erstmal ein bisschen Mask. Und dann nach Sonyas. Ich glaube wir haben einen D-Sealer. Weil wir eben bei 90% Lacken erhalten haben und der ist nicht mit rein. Denke ich mal. Betroffen. Ich glaube, es ist kein großer Verlust, der hat Komet mit. Wahrscheinlich hat der schon vorher einen D-Sealer gehabt. Oder. Ja, dass das nicht ändern konnte. Das kann sein. Oder das, was mir letztens passiert ist. Ich wollte dodgen. Bin direkt nach den ersten 5 Sekunden raus. Und dann irgendwann nach einer halben Stunde komme ich wieder on und wollte wieder eine Runde spielen. Und dann sind die in dem Game, weil mein Team halt krampft versucht zu halten. Und ich war trotzdem im Spiel gelandet. Das wurde nicht gedodgen. Obwohl ich halt den Client beendet habe. Ey, warum haben sie nicht ge-remaked? Geht ja nicht im A-Ram. A-Ram-A-Ram. Ja, so wie der jetzt da so steht. Boah. Irgendwie lange hält dann bitte das Kassio-Gift. Dann musst du... Oh nein, Vega. Boah. Ich hasse Vega. Ja, ich meine die W, ne? Sie hat sie hingeschmissen. Wird so lange da halten. Drei Monstern. Er überlebt das einfach. Das gibt's doch nicht. Das hast echt überlebt. Äh, Poppy, ey, das geht ja gar nicht. Die haben uns einfach geteilt. Ja. Na gut, man muss es auch nochmal sagen. Wir sind ja auch nur zu viert, ne? Aber trotzdem. Dass die Poppy das so überlebt hat. Ach's. Jetzt flasht die Kassio sogar noch. Jetzt. Dann kaufen wir uns mal Boots. Joosten, Joosten. Joosten, Joosten. Und ich ulti Schelle Nix ist Meine lieben Damen und Herren, das könnte ein schnelles Game werden Wir führen ein Kills Ja, in Kassel Das ist ja mit uns verkehrt Muss ich wohl doch auf Support gehen, wa? Nein Nein Ab Vertrauen in die Macht Aber ja, mein junger Paderwan Naja Übrigens In deine Schule gekackt Ich habe Gibt's ein T-Shirt? Ich bin die ganze Zeit Überlegen, ob ich mir das kaufe Ich find das so episch In deine Schule gekackt Sicher aber Guck mal wie lange die erzählt Ich hab noch nie Oh Ey, da ultet der mich sogar noch Problem Ich komme nicht weg Ich hab sogar noch fast mitgenommen Aber ich hab jetzt ein bisschen Mask Das hört sich schon mal nicht schlecht an Hm, jetzt brauche ich noch Sonjas Und dann Dann geht's scharf Ich schau mal in den anderen Seiten auch rein So Nein Copy Löser Ich hab keine Schuhe Das ist auch keine Frau Oh nein Was macht er denn da? Ohникansch Oh, ich boh not Die Frau Ich hab kein Schuhe Ich hab keine 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 Schuhe Schuhe Zwei Sgen Kriege Ich hab nichts Ich würde gerne mal mit meinem geliebten Master Yison 4 gegen 5 spielen im Aura. Jetzt natürlich nicht nur Hardcounter, aber gegen sowas wie die hier zum Beispiel. Sind Sie sicher, dass das hier kein Hardcounter für dich sind? Nein, nein, nein. Ich habe es mir auch gerade überlegt. Ich habe ja nur ein bisschen fliegt im Blut. WD. WD3 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 WD4 WD5 Wir sind schon so ein bisschen Overskiller, ne? Vielleicht bin ich noch ein Gestern gelaufen. Ich hab Julian noch mal ein bisschen Tempo verpasst. Das war mutig. Das Thema mit mutig hatten wir doch an der Runde davor, oder? One-Shot-Bullshit. Ja, wenn ich in dem Cage bin, bin ich tot. Ja, normal. Ich kann auch nicht durchlaufen, weil irgendwas triff mich währenddessen. Ich bleib immer kräben, hab ich euch schon zweimal probiert. Normalerweise, wenn ihr alleine wäre, würde ich auf die E drücken und durchlaufen. Oh nein, er hat mich getroffen. Ah, Tower-Felg. Alter! Hau ab, du! Olle Zibbe! Triple-Kill. Machen wir einen schönen Penta, kriegst du ein Extra-Video. Der besten Penta mit Kalibars gemacht. Naja. Ausschneiden. Heute. Ich weiß, wie das geht. Genau. Naja, gut. 1 und 1 Gold gibt es die? Der steht bei 8. Oh, oh. Ah, Mist, die Kacki. Ja, ja. Das ist ein bisschen seltsam. Ich muss mir den Zonjas holen. Nein. Okay. Ja, mir geht es halt genauso. Wenn ich mal in den Cage rankomme, dann bin ich auch GG. So. Ich habe meine erste AP jetzt gekauft. Oh, ich habe es schon ganz gut. Mach es gut. Der Greedy, Alter. Einen Greedy-Gepotter. Aber voll, ey. Brauch die Wave. Ich muss mich daran heilen. Balanced. Sag doch. Trauen Sie in die Macht. Aber in die dunkle Seite, okay? Oh. Er hat mich nicht geschafft. Nein. Klatt, Alter. Das hat geschäffert. Oh. Oh. Sie hat sich lieber getroffen. Sie hat noch mitgekommen. Ich pull auf so. Oh, lol. So, jetzt müsste aber Verstärkung kommen, ey. Lange genug durchgehalten, ja. Verstärkung instant wieder down. Ja. War ein kurzer Gastauftritt. Ja. Ja. Das war jetzt too much. Alter. Diese Weihel-Ultin. Ich scheppert so rein. Ja. Leider normal. Ja. Ich bin so ein krasser Typ. Ich hab noch nicht mal ein Meer. Waveclean nennt man das meine Freunde. Ist er da noch drin? Nein. Danke fürs machen, Freunde. Das ist schon mal die schöne Weh von ihr. Au. Ist er immer drin? Da poppt schon wieder Half-Life. War fast tot. Was hat die Items? Oh, weliger Old. Das ist das dümmste, was es gibt. Also ein Kassadin ist auch schon ziemlich dicht. Ja, gut, hast du mir unrecht. Hab ich mir eben auch gedacht, aber ich wollte es nicht sagen. Beim Conqueror-Kassadin, wie viel damit hat Conqueror-Kassadin gemacht? 1400. Ami kommt! Alter, was? Meine Wehe ist ja komplett OP, was? Hier gibt vier Stacks, oder? War drauf geachtet? Ne. Ich probier's nicht. Probier's euch jetzt mal die Heilung da. Aber kick 30% von meinem Missing Mana-Zug. Das ist echt, denke ich. Ja, okay, aber du bist auch ein sehr Mana-Hong-Nigger-Champ. Irgendwas muss ja da auch drin sein, dass du damit kippieren kannst. Hey, day. Oh, mein Gott. Ich bin dodged. Mach mal, tut das mal kalt. Ah, Hillenmaske, genau. Wollte ich gerade fragen. Die muss doch dann nur auf Kassadin absolut genial sein. Ja, ein bisschen Mars ist es ja. 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 Nein, mein Ult kommt zu spät. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich Level 16 bin. Ja, wir bekommen ja mehr XP dadurch, dass der Aufkaller dahinten ist. Ja. Ob die das wohl ärgert, wenn sie einen 5 gegen 4 verlieren? Vor allem so hart. Das ist ja nur die Chance. Ja, wir machen die richtig kaputt. Oh, nein. Äh. Oh, Mist. Nein. Noch kann ich fliehen. Oh. Macht aber auch so ein bisschen Spaß. So, ich hab meinen Sonja. Ach, Eitelkampf gegen Tibbers. 1 vs. 1 gegen Tibbers. Uh, das war schön. Wirb, Kassio. Alter. Kann nicht sterben. Nein, ich sage Alter wegen Can. Weil er der Pentakill Nummer 1-Klauer ist. Hä? Ey, der war so offensichtlich. Ach so. Los, er wäre gestorben. Ich hab's ja am Leben gelassen. Nein. Die Kasse macht richtig. Ja, aber man hätte das zurückhalten können. Wie denn? Soll ich da einfach zugucken? Nein, ich will den letzten Autohütter einfach nicht drauf machen. Nein. Der Sonja ist. Vielleicht Xen hat mich zu zählen. Okay. Okay. Ich hab gerade in dem Feind 1000 Damage mit Conqueror gemacht. Aber er hätte den Pentakill nicht bekommen, Ramm. Doch. Ja, war nicht. Egal. Ihr könnt euch in der Wiederholung ansehen und dann selbst entscheiden. Ich hab wieder nicht drauf geachtet. Ich hab die ganze Zeit da gefeitet. Ja, ich weiß. Ich war damit beschäftigt, gegen Tibbers zu fighten und zu greifen, weil der Endlich gegangen ist, weil Endlich gestorben ist. Aber ich dachte mir extra, hält lieber die Klappe, wenn der da so im Fight ist. Ja, ich hätte schon dann zurückge... Also du bist dann... Mhm. So, jetzt lasst uns das aber gewinnen. Ja. Boah, jetzt. Oh nein. Oh, nee. Jetzt kam die Ult zu spät durch dein scheiß Cage. Habt gar nicht getroffen. Gut. Nicht durch das. Hier gibt's Doppelheilung. Boah. Alter. Böse geplatzt. Ja, 500 Damage mit Conqueror genommen. Nice check. I agree. Warte. See you, scheinbar. So. Break. 5 Minuten. Ja, mal eiskalt mit 4 gegen 5 gewonnen. Und ich denke, da haben wir uns 5 Minuten Pause verdient. Und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Aram.